Leute, ihr wisst ja, wie wir drauf sind hier. Ich habe jetzt eben gerade mal so einen Filmzusammenschnitt gemacht. Wir haben jetzt Freilagabend, das ist mittlerweile 9 Uhr durch. Aber egal, wer weiß es heute nach? Soundchecks. Nicht alle Filme, das geht ja gar nicht. Aber so ein paar Dinge habe ich jetzt einfach mal so zusammengeknallt. Und da geht es nicht um irgendwelche Jugendbauten, es geht einfach nur um Sound. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr es ja bewerten. Ich mache zwei, weil der eine dauert schon zu lange. Ich glaube, ich habe einmal 10 Minuten und 14 Minuten. Ich lade ihn jetzt hoch. Ich mache das jetzt gerade fertig. Das ist Bescheid. Da sind ein paar Motorräder auch, wo ich hier rumstehe. Da gibt es keinen Soundcheck, weil die laufen noch nicht. Tschüss. Das ist Bescheid. Also Stefan, schön, dass du da bist. Da könnt ihr mitzählen, wenn es mal der hoch und runter geht. So, jetzt machen wir erstmal die erste Ausfahrt. Okay. Und jetzt geben wir ins Spiel. So, jetzt sind wir praktisch. So, jetzt gehen wir über die Emren. Hier haben wir wieder so ein alter Honda Kaffeeräse ausgegraben. Die alte CB-57 haben wir wieder aktiviert. Hier haben wir eine Honda CB-400. Die ganz großen Enthusiasten lassen wir den Apparat jetzt auch mal brummen, damit man mal hört, wie es so klingt. Das ist eine große Herausforderung. Weißt du, Neko, das ist das Schöne bei den alten Dinger aus dem Sitz-Jahr. Die stehen 20, 30 Jahre, kriegen frischen Benzin und ein bisschen das in Funke tut. Und da wollen die wieder leben. Und wir sind die Typen, die machen da hier so komische Dinger, da haben wir doch startklar. So, der Bodo hat ja schon gute Körpertemperatur. Also, Soundcheck ist angesagt. So, der Bodo hat ja schon gut. So, der Bodo hat ja schon gut. Aber wenn der ordentlich anzieht, der steht wieder auf. Das Ding ist schön geworden. Wir sind noch nicht fertig, aber es wird schön. So, der Bodo hat ja schon gut. So, der Bodo hat ja schon gut. So, der Bodo hat ja schon gut. Musik So hat die Maus ausgesehen. So hat die Maus ausgesehen. So hat die Maus ausgesehen. So das ist die erste Ausfahrt. So hat die Maus ausgesehen. So hat die Maus ausgesehen. So hat die Maus ausgesehen. So hat die Maus ausgesehen.